Oh, ich bin nicht gesprungen. Wah, Bäm, so. Hm, wenn ich hinten stehen bleibe, kann er mich anscheinend nicht treffen. So. Jo, sorry Leute, aus irgendeinem Grund hat sich gerade das Ding geschlossen, daher jetzt einfach nochmal. Bäm, so. Bäm, 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 so. Eins sollten wir die Sachen für den zweiten Kampf aufheben, das wäre besser. Wenn wir überhaupt nochmal zum zweiten Kampf kommen, ey. Und Bäm, so. Hey, mit deinen Energie sprich. Klasse. So, wir probieren jetzt einfach mal durchzurennen und rauszufinden, wo wir ihn treffen müssen. Jo, soviel dazu. Ja, diese doofen Flamme mal. Also, da war er mir früher noch etwas lieber irgendwie. Ehrlich gesagt, als er noch nicht so viel drauf hatte. Aber jetzt zieht er nicht mehr so viel ab. Es muss eine Möglichkeit geben, ihn zu besiegen, ohne es getroffen zu werden. Naja. So ist schon mal nicht. Ah, ich hab nichts mehr. Nein. Komm, noch einmal. Bämst, bämst. Bämst. Wo muss ich ihn denn schon wieder? Jo, ist klar. Ey, Junge. Ich treff dich die ganze Zeit. Der nächste Boss muss ja rein theoretisch auch eine Schwäche haben. Also, ich mein, das Muster ist ja klar. Nur, ich weiß kein bisschen, wo ich ihn treffen muss. Boah, jetzt dreht er natürlich wieder durch Richtung. Klar, was ist denn nicht noch alles? Nee, so weit kann ich noch nicht springen. Bämst. Das ist mein bester Versuch, Safesteaden. Bei dem Boss mache ich jetzt mit der Energie immer und immer wieder. Boah, verdammt. Wozu klappt schon mal nicht? Boah. Boah, boah. Boah, 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 boah. So. Jetzt zurück. Wir vor. Zurück. Wie er vor. So. Jetzt hier warten, bis er schießt. Dann schnell. Wow. So hat es Konzentrationsarbeit gerade. Verdammt. Da oben kam was. Das habe ich nicht drauf geachtet diesmal. Ich weiß auch nicht mal, wo man ihn treffen muss. Das ist das Problem. Wow. Jetzt habe ich wirklich gerade... Äh. Also du kannst rein theoretisch. Man kann rein theoretisch da so. Also ich treffe ihn ja eigentlich immer. Äh. Ombi. Ach. Ach. Nur wenn das seinen Mund aufmacht. Okay. Ne. Doch nicht. Sag mal. Muss man die Kugel treffen oder was? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich ihn treffen muss. So. Verdammt. Ich habe zu lange gewartet. Nein. Wo? 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 Bam 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 bam. So. Warten, warten. Warten. Ah. Verdammt. Am Tags. So. Warten. Runter. Da. Darüber. Da hoch. Da warten. Da ran. Da hoch. Da zurück. Dann warten wir zurück. Äh. Sich treffen lassen. Wow. Ist das kompliziert. So, jetzt da ausweichen, da warten, da warten, da warten, da warten, so. Verdammt. Ich hab ihn nicht erwischt. Wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn treffen muss, wäre ich ja schon mal ein ganzes Stück weiter. Das kann ein sehr langer Kampf werden, nee. Ich hab's ihm immerhin immer zwei abzuziehen. Egal wie lange der Kampf dauert, aber es sind immer zwei. Hm, das könnte durchaus klappen. Vorrennen, damn. Gut, so könnte es durchaus wirklich klappen. Bams. Okay, lassen wir das lieber. Es kann vielleicht mal gut gehen auf ein paar Minütchen, aber sonst komme ich hier nicht mehr raus. Nein. Ich verstehe den Boss ernst. Ernsthaft gerade nicht. Uah. Ich weiß auch nicht, wo man...